Hey Jerome, nochmal voll machen. Was soll das? Warum serviert Jerome deinem Köter Alkohol? Keine Ahnung, aber ich werde es rausfinden. Komm her, Junge, na komm. Hey, was gibt's? Machen wir eine Autofahrt? Nein, ich wollte dich nur was fragen. Lass nie wieder so einen *** Pfiff los, wenn du keine Autofahrt zu bieten hast. Warum darfst du Alkohol trinken? Du bist nicht über 50. Äh, doch, bin ich. 56 in Hundejahren. Oh, hast du deswegen weiße Schamhaare? Mir wäre es lieb, wenn du meine Schamhaare nicht anstarren würdest. Dann hör auf, sie der ganzen Welt zu zeigen. Zieh deine Unterhose an, du verrückter alter Mann. Peter, ich glaub, du übersiehst hier was. Brian kann uns Alkohol kaufen. Oh mein Gott, du hast recht. Würdest du das für uns tun, Brian? Klar, warum nicht? Oh Gott, sei Dank. Hier nüchtern rumzuhocken ist langweiliger als ein Topf beim Kochen zu beobachten. Hey du. Was machst du da? Ich guck gern zu. Ich will sehen, wie du kochst. Ich kann das nicht, wenn du zuguckst. Oh, nicht mal, wenn ich das hier mache. Tu das nicht. Oh Gott, das ist so heiß. Ach ja? Na dann leg doch mal dein Oberteil ab. Oh, oh, ich bin am Kochen. Ich bin am Kochen. Ja, und jetzt werde ich dir meine rohen Nudeln reinschieben. Peter, was ist da drin los? Ich koche Essen, Schatz. Meg? Meg? Helft mir. Oh, wir sind hier, um jemand anderem zu helfen, Liebes. Geh, 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 guck sie nicht an. Genau das war mein Fehler. Ich glaube, Meg ist nicht hier. Brian, da! Um Himmels Willen. Meg! Was zum Teufel? Wo hast du die Mütze her? Ein Mädchen hat sie mir geschenkt. Wie hat das ausgesehen? Sie hatte eine tolle Persönlichkeit. Das ist sie. Wo ist sie? Ist sie hier? Nein, sie haben sie vor einiger Zeit weggebracht. Jeden Mittwochabend werden ein paar der Mädchen versteigert. Mittwoch? Was für ein seltsamer Tag, um Mädchen in die Sklaverei zu schicken. Na ja, am Wochenende werden die was Besseres vorhaben. Was Besseres? Was kann es denn bitte Wichtigeres geben, als jemanden zu kaufen? Wo ist dieser Ort? Wo finden die Auktionen statt? Ich weiß nicht, aber es gibt einen Shuttlebus, der alle 20 Minuten dahin fährt. Was? Verdammt, wir haben ihn verpasst. Was macht man in 20 Minuten? Keine Ahnung, was du machst, aber ich trainiere. So bleibt man in Form. Man kann es zu jeder Zeit machen. Wo immer man ist, wo immer es geht, da ist Sperma auf dem Boden. Hey Brian, wusstest du, dass Brad Pitt der Neffe von John Lithgow ist? Wirklich? Nein, aber das klingt doch so, als könnte es wahr sein. Oh mein Gott, du trägst eine Windel. Du siehst doof aus. Du trägst auch eine Windel. Ja, aber ich bin ein Baby. Die Leute sehen meine Windel und sagen, oh wie süß, ich wette, er riecht nach Babypuder. Wenn sie deine sehen, denken sie, der Köter muss todkrank sein. Hoffentlich läuft er nicht auf unserem Teppich aus. Warum schläfern sie ihn nicht einfach ein? Das wäre mir im Augenblick sowieso das Liebste. Oh hey, mach dich locker, Mann. Du wirst dich daran gewöhnen. Hey, hast du schon gemacht? Deinen Ländenschutz entjungfert? Du solltest sensibler mit meiner Demütigung umgehen. Als du das Bild für Peter und Lois gemalt hast, hast du auch gelitten. Oh Stewie, das ist ja wunderschön. Das hängen wir sofort an den Kühlschrank. Wirklich? An den Kühlschrank? Es ist, als ob wir einen kleinen Michelangelo im Haus hätten. Alles klar, dann sehen wir uns später. Ich konnte mich kaum halten, als du das mit dem Kühlschrank gesagt hast. Ich weiß, was soll der Scheiß darstellen? Ein Pelikan oder ein Schulbus? Hat es jetzt Mohammed Ali gemeint? Hey, so eine Vollpfeife. Hey, spucken wir drauf. Hi! Danke, dass ihr gekommen seid. Hi! Hobbs, 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 Hobbs! Wo ist Dad? Er verpasst alles. Sag lebewohl, Hobbs. Verzeihung, Sir. Sind Sie ein Gast des Hotels? Ich bin wegen der Veranstaltung hier. Wegen Sarahs Junggesellinnenabschied? Äh, ja. Ja, ich kann nicht glauben, dass sie vor den Altar tritt. Sie halten gerade Reden in der Santa Fe Lounge. Wenn Sie sich ranhalten, schaffen Sie ihre noch. Nun, Sarah. Ein weiterer Meilenstein auf der unebenen Straße deines Lebens. Wer ist das nochmal? Ich glaube, das ist der Typ von der Beerdigung. Wisst ihr, eigentlich bin ich froh, dass Sarah Henry kennengelernt hat, denn wir beide hatten einen Pakt. Wenn keiner von uns bis 40 verheiratet ist, fangen wir was an. Und ich glaube, ihr wisst alle, wie das ausgegangen wäre. Alle auf den Boden! Also, auf Sarah und Henry. Mögen Sie eine lange und glückliche Ehe führen. Okay? Okay, los. Ah! Oh, mein Gott! Oh, geht's dir gut? Ist es vorbei? Ja, absolut. Ich weiß nicht, wo die nahe ist. Nimm mal die Hand weg. Oh, scheiße! Was? Was ist denn? Es ist so viel Blut. Bist du dick. Ich glaube, die Nadel ist zu dick, um da ganz durchzukommen. Hol sie raus! Hab sie! Wie sieht's aus? Cool! Wirklich? Oh, das ist gut. Oh, ich wusste es! Sag mal, Peter, seit wann rauchst du? Zuerst habe ich es gemacht, um mich vor der Arbeit zu drücken. Aber eigentlich ist es eine sehr schöne Angewohnheit, die viele Vorteile hat. Und welche? Ich kann bei schwierigen Gesprächen mit der Asche ein Ausrufezeichen setzen. Joe, deine Ehe ist vorbei. Ach, Blödsinn. Zwischen Bonnie und mir läuft es super. Deine Ehe... ...ist vorbei. Na ja, jetzt wo du es mit der Zigarette sagst. Wir hatten ausgemacht, was wir als erstes damit tun. Wow, also so sehen die Dächer von Autos aus. Los geht's, Schrittgeschwindigkeit. Guten Tag, Ma'am. Ihnen auch einen guten Tag, normaler Mann. Es fällt keinem auf. Äh, wie ist das Wetter da unten, du kleiner Idiot? Seine Hose ist runtergerutscht. Wir sagen es ihm noch nicht. Daran, wie ich laufe, könnt ihr alle sehen. Ich laufe die ganze Zeit, denn ich kann richtig gehen. Ich wusste nicht, dass du Rad fährst. Ich wusste nicht, dass du Rad fährst. Wachen wir ein Arsch-Hochwettrennen. Oh nein, da liegt Sand. Oh mein Gott, alles okay? Es geht schon, lass uns weiter Rad fahren. Echt jetzt? Das war eine fiese Bauchlandung. Können wir jetzt einfach weiter Rad fahren, bitte? Stewie Griffin? Ach, wir sind hier. Peter, er ist zu schlapp, er braucht deine Powersuppe. Ich will schmutzige Wörter sagen! Okay, Stewie, du trinkst jetzt einfach diesen Saft und dann sagst du und streichst dir über den Bauch. Ja, krieg ich hin! Ja, verpiss nicht, Saft! Das war unglaublich! Ich hab Gänsehaut bekommen. Ich begehre ihn sexuell. Settlin' in, lovin' my wife, but then I got that letter. My black son, my black son, now each day my heart is gettin' bigger. Don't even remember sleeping with that lady, but I did. My black son, he's coming to stay. My black son, he's makin' each day. The best that he can. Also, he's a ninja. Kacke, die Milch ist alle! Wir müssen im Flughafen nebenan neue holen. Kannst du gleich auch eine Rattenfalle besorgen? So ein Riesenvieh lebt bei uns unterm Waschbecken. Ich versteck mich hier, bis ihr alle schlaft, dann komm ich raus und mache Kackbällchen in euer Müsli. Ich werde nie wieder glücklich sein können. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du darfst nicht aufgeben. Komm, wir ziehen los und mischen uns unter die Ladies. Aber ich will niemanden kennenlernen. Ich will Anna. Wenn du dich in deiner Jugend nicht mit vielen Mädchen triffst, wirst du das bitter bereuen. So wie ich es bitter bereue, wenn ich das Klo nicht treffe. Peter Griffin! Was zum Teufel? Peter, was machst du hier? Lois, äh, ich wollte, äh, ich bin, äh, einkaufen. Ja, ja, ich nehm dann einen großen Samen. Und toll, du hast die Weihnachtsüberraschung versaut. Das soll ein Mensch sein? Hey, Brian. Ich freue mich schon sehr auf deine Familie. Ja, ich auch. Die sind ziemlich klasse. Brian! Willkommen zu Hause, blöder Hosenscheißer. Bist du rausgeflogen? Oh, du musst mir alles darüber erzählen. Wie war die Bachelorette? War sie so eine dumme Kuh, wie du gesagt hast? Aber, aber, aber mit Mörderböbsen? Komm rein und erzähl mir alles. Ich wette, da muss ich so lachen, dass mir die Milch aus den Nasenlöchern schießt. Peter, das ist Brooke, die Bachelorette. Sie ist heute bei uns zu Abend. Das habe ich dir vor ein paar Minuten erzählt. Hey, Jungs. Ich habe uns was zu essen geholt. Oh, gut. Dann krümel Brians Pille rein und schmier alles ins Gras. Er braucht sie jetzt. Oh nein, er macht witzig, kann problemlos eine Pille schlucken. Ja, und drin ist sie. Dad, hier ist es blöd. Ich langweile mich. Wie kannst du dich langweilen? Auf dieser Convention gibt es alles. Man kann sogar den Visor von LeVar Burton aufsetzen. Warum trägt er das Ding? Wer findet denn sowas? Rupert, wir geben diesen bösen Roboter nicht die Genugtuung, uns umzubringen. Wir gehen zusammen, so wie wir es wollen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh mein Gott. Stewie, nein. Was ist denn mit dir los? Dieser Roboter. Er hat Queen getötet und jetzt tötet er mich. Er hat Queen nicht getötet. Den geht's gut. Den meisten von ihnen. Hör zu, es tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, aber das ist kein echter Roboter. Das ist nur eine Schallplatte. Sieh doch. Willst du sie schlagen? Okay, behaltet Peter im Auge. Er ist wahnsinnig ehrgeizig bei diesem Spiel. Ja, und er scheint körperlich unheimlich fit zu sein, wenn wir hier sind. Fast so, als hätte er unrealistische Fähigkeiten, wenn wir Lasertag spielen. Na ja, wenn wir zusammenbleiben, haben wir wahrscheinlich... Zack, 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 pass zum... Oh Mann. Wie machst du das nur? Die Frage ist nicht, wie ich es mache, sondern wie ich mir verzeihen kann, was ich getan habe. Ach verdammt. Ihr Mistkerle. Ich weiß nicht, warum dich das überrascht, Brian. Große Unternehmen sagen nie die Wahrheit. Nimm nur die Taschentuchindustrie. Wir hatten wieder ein gutes Quartal. Es scheinen sehr viele Leute niesen zu müssen. Jerry, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Es darf diesen Raum nicht verlassen. An Nummer eins der Verwendungszwecke für unser Produkt steht Sperma. Was? Ja, und jetzt halten Sie sich fest. An Nummer zwei stehen Frauen, die unsinnigerweise weinen. Aber ich dachte nie, es wäre... Jerry, Jerry, es ist Sperma und Unsinn.